Achtung, Achtung. Bereit? Starte die Aufzeichnung, fixer. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Die Endphase des Größenwahns besteht darin, sich über Dinge aufzuregen, die man selber zu verantworten hat. Man fühlt sich verraten von der eigenen Institution. 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 Unser erster Mann im Start. Nochmal. Mir jetzt zugeschaltet ist Carsten Stahl und da habt ihr leider nicht das gemacht, was ich wollte, nämlich das in den scheiß Teleprompter schreiben. Geht sofort weiter, Carsten. Spektakuläres Neues. Nochmal. Kaum zu glauben, klingt unglaublich, blablabla. Machen wir nochmal. Er sagt tatsächlich, nochmal, ist zum größten Albtraum, Leute, meine Fresse. Könntet ihr mir einmal das Brillenputztuch reinbringen, weil ich sehe gerade, ich sehe gar nichts mehr. Entschuldigung. Mein Fehler. Robb sich das Prie-Intro. Ist mir doch scheißegal, was der Robb sich wünscht. Ich mir auch bitte. Okay, gut. Dann machen wir es. Dann machen wir. Ganz, ganz stark. Ah, fuck. Sorry. An der Stelle durfte ich nicht improvisieren. Aber war eh Schwarzbild, ne? Habe ich euren Fehler durch meinen Fehler gestochen? Habt ihr Glück gehabt? Ich finde nicht, dass wir es wunderbar gebacken kriegen. Ich finde es scheiße so. Man wittert überall inkompetente oder gar böswillige Quertreiber und Saboteure, die dem eigenen Genie im Wege stehen. Und ich weiß, wovon ich rede. Äh, Entschuldigung. Textlich ist das sehr lustig, aber ich weiß, wovon ich rede. Denkt man jetzt, es sollte selbstironisch sein, aber es... Ja, das fand ich echt toll. Ja, aber es wirkt so, als würde ich es auf meine Mitarbeiter beziehen. Und das meine ich ja nicht. So ein bisschen mitmachen. Wann ist ein Mann ein Mann? Können alle froh sein, dass ich nicht Klaus Kinski bin. Aber kommt noch. Ah, scheiß drauf. So, FC Bayern, Sterne Südens, lalalalala, lalalala. Brillant. Oh, wo Gott es darf. Das war richtig gut. Großartig. Danke.